aber du bleibst drin also ja ja ich bleib drin also ich bin schon langsam ich finde man muss ja auch immer so konzentrieren das so anstrengend manchmal ich habe auch du spielst e-sport also so in so einer liga oder so alter schwede ja gut aber das ist genau so wie beim fußballmann ja okay goldmut bahn jetzt wieder um den zug kämpfen ich finde eigentlich ganz cool aber die ist zu groß einfach dies bin ich richtig groß in den einzelnen häusern ist ja das stimmt was wollen wir nehmen ich versuche ein helikopter zu kriegen ja ich hab einen scheiß doch man die sind so schnell so seit zwei jahren trainiert durch trainiert also das ist voll gepixelt alles hier drin ja irgendwie voll schrott ja die mit dem was machte bist du okay da bin ich auch aber wir können jetzt übernehmen den helikopter ja versuche ich mal da sehe ich schon viel oh shit alter wie die da abgehen alter mit dem kampfjets ach so der damit er ist nicht gut gegen erdings hier ja gegen flug das stimmt er hat ja auch noch diese raketen eigentlich ok ich bin bei b das sind die gegner da lang oder was ach so da bist du oh scheiße ich bin schon echt schon ein bisschen zu spät für mich was oben auf dem dach oben auf dem dach er ist tot irgendwas einnehmen das meine ich ja mal du musst immer so viel laufen und dann ich würde mal versuchen den irgendwie zu weg zu ballern ach komm ey wo er mich gesnipert hat ich wollte grad einen abschießen dann weil ich von hinten weg gesnipert dieser karte bin ich auch so schlecht ey ja ich sehe ihn nicht okay erwischt oh shit ich bin fast tot alter oh fuck alter drin da drin sind vier stück alter im haus von rechts ja ich bin fast ja hab ich gesehen ja hab ich gesehen jetzt hab ich das mal vorher gewusst da waren überall grad welche ja ja wo geh ich denn jetzt hin ich hol mir ein auto da wird ein bisschen schneller winken oh shit was sondern das ding holen dass die raketen schießt ja komm ja komm der ist irgendwo da hinten ne ja ja guck mal rum wo der steht ich sehe erstmal gar nichts der ist irgendwo von hier irgendwo geschossen da stand ein Hubschrauber mhm der ist ja eigentlich gar nicht oder ist er vielleicht da drin bei E aber bei E sieht man auch gar nicht du bist das einfach rein yo einfach eiskalt ja ich guck rum wir haben gerade Einsatzziel bravo verloren mach uns schon mal abfahrt bereit ja mach das bitte den müssten wir nochmal annehmen das wäre mal gut den Zug ne mhm irgendwie kommt auch keiner ne ja irgendwie juckt das keinen wollen wir zu dem Zug fahren irgendwie ja komm oh shit alter was war das ich hab keine ahnung du hat der auf uns geschafft oder war das eigentlich ich glaube das war sehr schnell nicht schlechte oh shit ein ein panzer kommt fuck ich bin tot fuck ich bin tot und du ich lebe noch sehr gut warte ich bleib einfach liegen bleib einfach liegen wir werden uns gar nicht sehen huu soll wir das auto nehmen und schnell wegfahren ja oh shit 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 oh bin tot ich hab's geschafft hier war auch einer warte guck mal da bei dem baum in der nähe hat einer mit ja der ist jetzt unter der brücke gegangen da hinläuft er ich hab ihn gesehen der ist beim panzer ja ja oh war ein panzer komm da ist ein panzer unser ach können wir nicht nehmen ne das ist nicht unser scheiße fuck zu ja lass mal A A ist hier oben mhm bei D bist du scheiße alter wie der fliegt da wie der fliegt da alter ey was war das ich häng fest ey warum guck mal was da stand so ein kleines ding guck mal da sind wir hingepflichten ja damit kannst du glaube ich die äh das ist ein gegner hier bei diesem ding direkt neben uns oh shit what the fuck ach so oh sorry das ist gut das auto ist auch kaputt gegangen naja egal ja diese dinger die wo du gehängt bist äh damit kannst du die hinter uns sind los pass auf da schießt ok damit kannst du die brücke ähm kaputt machen scheiße ich bin fast tot ach das ist der helikopter ne ja ah wir sind tot alter guck mal da waren zwei helikopter ich lebe doch aber ich hab nur fünf leben alter warte ich spawn wieder bei dir dann scheiße ich bin falsch gespawnt fuck fuck it warte ich komm schnell hm ja ok scheiße ein panzer ist vor mir scheiße ein panzer ist vor mir er ist vor mir einfach bei dir hm das muss er gleich weg sein der ist hier ne ach da links ist er ja ja scheiße alter ich hab voll schiss man komm lauf lauf weg komm der guckt grad in die andere Richtung da kommt einer bei der mauer ja da ist er pass auf scheiße der lebt hier noch ich hab ihn erwischt ok der eine ist noch im haus scheiße ich bin fast tot da wo ich bin ja ne warte kurz ich hab ihn markiert ich hab ihn markiert scheiße einer ist hinter mir eines hab ich erwischt hab ich erwischt ja ok ich hatte ein leben oder so der maus hat mich richtig mit dem raketenwerb oder so erwischt oh shit ich bin bei dem zuck oh wir sind ganz oben oh man lol ja ich bin schon längst tot ich geh jetzt ich geh jetzt ja guck mal dumm wo bist du denn gesponnt da seht ihr die ganzen Panzer ey war ja heftig so ich fahr mit dem Auto ja warte jetzt steck ein links oben landet einer ja egal ja egal der ist da wo nichts weiter pass auf hier sind Minen ne ich bin hier grad explodiert ja ok gut dass du das hier jetzt sagst komm mal hin über außen über diese gelder so ach man die ne wir kontrolliert jetzt einsatz tier charlie komm weiter weiter komm weiter weiter ach du bist schon ausgestiegen du arschloch ich bin schon längst ich hab noch die zwei ziehen abgeknallt oh shit ein scharfschütze ist auf dem dach auf dem dach alter da war ja genau einer hinter mir der scharfschütze auf dem dach bei den letzten haus ganz oben ach so ok ah jetzt sehe ich ihn der liegt da in einer ecke liegt der der scheiß wichser komm lass uns da war gut bei links hier alter hier ist alles kaputt einfach ne immer so schnell oh shit alter ich habe nur ein kill gehabt einen ich habe 5 naja 5 sind morgen mal gestorben also ich hab jetzt einfach kacke ja geht so ich bin nicht schlecht aus man das kann doch nicht sein hinter mir also hinter dir genau der panzer nervt mich hier schon wieder ja man oh shit oh shit ich komme zu dir hast irgendwo ein gegner gewesen helikopter helikopter ich sehe ihn gar nicht beim haus war er ja im haus drin irgendwo ah mein 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 kill ihn kill ihn ach das ist einer von uns das ist das ist kill ihn kill ich dachte helb ja ich hab nur mal das vorhin gesehen endlich mal komm her ich geb dir leben wo bist du hinter mir hinter mir ist einer hinter mir meine güte ey wo kommt er denn bitte her ja man das kann doch nicht sein man das kann doch nicht sein ich fahre aus ey mach so schwer zu nehmen ich weiß na egal mach ich einfach nicht fuck geteilt hallo das schwere hier ist einfach alles schon am arsch die straße wie im polen alter ohne scheiß das schwere mann hinter mir alter in diesem großen gebäude gibt es auch nichts zur sache wollen wir da hin joa warte ich nehme meinen oh panzer panzer hast du ich hab nen panzer scheiße nein das ist voll leider fahr nur mit ok oh shit ich hab selber im panzer aus dem eigenen ja ich fahr mal so rum dass ich gleich bei dir einsteigen kann komm mal zu mir ich bin hier links warte ich komme ich komme ich komme angelaufen wo wollen wir hin hinter uns ist einer hinter uns hinter uns ein panzer hinter uns ja ja egal wir fahren oben oder oder wie der ist genau hinter uns man ich fahr jetzt rechts da ist einer auf dem werk hinter dem kleinen berg ist er nach hier rechts 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 komm nice sauber hinter dem da oben auf dem werk das sind der liebste alter hä was soll das sinnt hier ist einer ne mit dem fall tschirm schießt man auf diesen container da links ja versuche ich zumindest hinter diesen stein hier da ist auch noch einer alter ich kann nicht fahren scheiße ach da war er ich verstehe das auch nicht voll krass alter hoffentlich ist noch ein panzer frei ja helikopter komm gut wohin lass mal ah ah nee warte kurz was ist da was ist ganz links da können wir auf die dächer gehen da geht das mal dahin da wo ich schieße jetzt oder schon erobacht wenn es schon ober ist dann gehen wir ganz hinten zu e am besten alter schwede wie das wie der dach schießt alter wei 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 okay so spiele ich nicht mehr mit der sich scheiße oder schießt jemand oh shit auto offline fuck alter ja jetzt bin ich gestorben wenigstens habe ich eine getötet da sehe ich gerade auf meine aufnahme wie das aussieht wei da ist von alter schwede voll das feuer hier in dem container ist einer hier vor uns der macht gerade die türen zu so ein spaß alter hinter hinter und hinter hinter uns zwei hinter uns zwei der wichser ist immer auch in dem container ich komme schon so ein spaß ja hast du aber leben sondern schon kommt den erwacht aber geil dass man sowas zu machen kann ja wie vorher wir zwei da kommt schon wieder ein panzer angefahren scheiße hätte meine waffe noch einen raketenwerfer zu mitnehmen ist das perfekt ja mal holy shit einige schweißer zu sehen und macht er verlassen ja hat er scheiße alter mich hat dieses dieser raketenwerfer geschossen ja so in die luft dieses raketen schießt mehr verkackt jetzt so geht so geht so ich gehe oben aussieht halt ja fuck man ich hab die abgeschossen ja panzer ne dammit oh nice marcel plus elf schaden ok bisschen munition brauchen wir noch bisschen ja die sind glaube ich immer hier scheint so dass es halt vorbei ist komm eine runde noch nee kein bock mehr komm eine runde nee kein bock mehr dann sind wir fertig nein kein bock nein nein eine runde ich könnte die ganze Zeit zocken ja du geschlafen hast ja alleine ist über uns aber ich bin trotzdem voll müde ich bin ja heute dafür morgen viel aufgestanden du ja nicht ja ja ich bin rausgegangen achso ja weil wir ich mach jetzt nur ein spot wenn ich will nur ein dann ist es 2 Uhr dann ist es die perfekte Zeit perfekte Zeit zum schlafen ja 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 ich hab voll die scheiß Sachen bekommen voll die scheiß Sachen bekommen ja 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 ich bin Vielen Dank. Boah, Alter, meine Furze. Komm, eine Runde machen wir noch, ne? Dann geh ich auch noch bis 2 Uhr noch, dann fertig.